Ja, dann freue ich mich sehr als Veranstalterin Grüne Bildungswerkstatt Wien, ich bin die Obfrau Elisabeth Kittel, euch hier begrüßen zu dürfen, möglicherweise werden noch ein paar hineintröpfeln jetzt, und nämlich begrüßen zu dürfen an diesem Abend, der ein bisschen verspätet, wir wollten ihn letztes Jahr schon machen, nämlich anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des langen Atems der Frauen in der Frauensolidarität, die auch letztes Jahr groß gefeiert haben, und wir möchten als Grüne Bildungswerkstatt der Frauensolidarität in dem Sinn sehr danken für ihre Arbeit, und deswegen haben wir sie auch eingeladen, heute hier mit verschiedenen Generationen, ganz Junge, eine junge Klimaaktivistin, wir kennen sie alle, Lena Schilling, eine junge Politikerin und auch Umweltaktivistin eigentlich auch, und Umweltsprecherin, die Huem Otero Garcia, und eine schon etwas ältere Aktivistin und Journalistin, und zwar die Rosa Euler-Rolle, und unsere Moderatorin Andrea Ernst, die seit Beginn schon in der Frauensolidarität tätig war, die eine Mitgründerin war der Frauensolidarität, und die auch eine Mitherausgeberin war, und das zeige ich jetzt kurz her, dieses Buches, das letztes Jahr zum 40-jährigen Jubiläum herausgekommen ist, ich habe gesehen, es sind auch 40 Beitragende drinnen, eine davon, zwei davon sitzen heute, drei davon sitzen eigentlich heute da, und dieses Buch ist ein Dokument, erzählt ein bisschen auch die Geschichte der Frauensolidarität, die seit 40 Jahren eigentlich Frauenbewegungen und Frauen aus der ganzen Welt zusammenbringt, ihnen auch ein Sprachrohr bietet, Veranstaltungen macht mit ihnen, und hier das gesammelt ist, auch hier sieht man nicht nur die Geschichte der Frauensolidarität, sondern auch des Einflusses der feministischen Bewegungen auf die Zeitgeschichte, also es ist ein wirklich schönes Buch, man kann es auch hinten erwerben, bitte wirklich erwerben, ich weiß jetzt nicht genau, an wem man sich wendet, ah, Andi, ja, gut, wunderbar, du bist auch passend zum Buch, dann weiß man das auch gleich, super, und wir haben auch als grüne Bildungswerkstatt letztes Jahr, jetzt kommt die Ulrike Lunacek, das ist total schön, weil ich wollte was über dich sagen, du bist ja auch schon lange bei der Frauensolidarität, seit 35 Jahren in etwa oder noch länger, 38, ja, und du bist so ein bisschen das Bindeglied auch zwischen den Grünen, zwischen der grünen Bildungswerkstatt und der Frauensolidarität, ich habe gelesen, du warst Referentin dort und warst dann sehr, sehr, sehr lange Obfrau, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und ich wollte noch auf ein Buch aufmerksam machen, auch, das hinten ist, das nennt sich Für wen wollen wir sorgen? Öko-Feminismus als Quelle der Inspiration. Das ist in dem Sinn nämlich vielleicht auch spannend, weil es den heutigen Abend auch so ein bisschen, also ihr werdet es dann vielleicht erst nachher lesen, aber auch einführen kann, das Thema, nämlich wir werden heute einen Teil des Buches sozusagen herausnehmen und da geht es um sozusagen um die Umwelt, die feministischen Umweltbewegungen und der feministische Kampf auch für die Natur, für das Klima, für den Umweltschutz. Frauen sind oft die, die solche Umweltbewegungen initiieren und auch dranbleiben und deswegen freue ich mich, dass wir da auch so ein gemischtes Podium aus Aktivistinnen, Journalistinnen und Politikerinnen haben. Und was wollte ich noch sagen am Schluss? Ja, und zwar ich immer, gerade jetzt auch natürlich zum Frauentag, zum Weltfrauenkampftag, der morgen begangen wird, denkt man natürlich auch immer an diesen langen Atem oder an die langen Kämpfe der Frauen und ich habe heute erst wieder die Menschenrechtserklärung von der Olympe de Gouche auch gelesen, ich meine, das ist 300 Jahre bald her, naja, 1791 war das und man kann alles, was man liest von Frauen, von Kämpferinnen für Frauenrechte, ist heute immer noch aktuell und dann hat man halt gelesen, die UNO sagt, in 300 Jahren ist die Gleichstellung erreicht. Also deswegen danke an all die Frauen und ihren langen Atem, auch die Frauen, die hier sind, danke an die Frauensolidarität für euren langen Atem. Wir versprechen euch, wir werden auch einen langen Atem haben. Ja, jetzt ist natürlich viel vorausgesagt, was ich mir brav auch aufgeschrieben habe, aber ich werde mir jetzt, das ist ja die Kunst der Improvisation. Also mein Name ist Andrea Ernst, ich bin selbst Autorin, habe lange für deutsche Sender gearbeitet, ARD und Arte und war tatsächlich auch vor 40 Jahren Gründerin, eben Mitgründerin damals der Frauensolidarität und bin heute hier Moderatorin in der Dreifachrolle als Moderatorin, als Autorin, als Mitherausgeberin. Ganz wichtig, die Mitherausgeberin will ich benennen, weil sie sonst untergehen. Das ist neben mir die Ulrike, die hier ist, Ulrike Lunacek, die Gerda Neyer, die Rosa Zechner und die Andrea Zellinka. Und wir haben es geschafft in einem jahrlangen Prozess, der war sehr wichtig für uns, tatsächlich nicht nur diese Stimmen zu sammeln für dieses Buch aus dem Süden, sondern auch ein Stück Geschichte reinzuweben. Wer sich dafür interessiert, wurde schon gesagt, kann man hier erwerben. Meine große Freude ist, dass wir hier wirklich ein toll gemischtes Publikum haben, das ich jetzt mal vorstelle. Und zwar ist neben mir die Rosa Euler Rolle. Du bist selbst Journalist. Ich bin mit allem per Du, obwohl ich alle erst jetzt kennengelernt habe. Nur zur Sicherheit, damit ihr wisst, das ist nicht eine lange Freundin, also es ist keine lange Bekanntschaft. Du bist Journalistin, warst 25 Jahre für den ORF tätig, hast viel für den Hörfunk gearbeitet, hast später Fernsehen gemacht, hast Dokumentationen gemacht. Warst für den Schwerpunkt Lateinamerika und Spanien zuständig und die lateinamerikanischen Länder, die du wirklich gut kennst, sind Uruguay, Mexiko, Argentinien, Chile. Und wir haben also hier eine Vertreterin, die nicht nur viel Erfahrung hat mit dem, was heute unser Thema ist, nämlich die Nord-Süd-Frage. Also wir haben sozusagen zwei Fragen, die wir miteinander verbinden, nämlich das eine ist tatsächlich, was schon gesagt wurde, was hat die Klimapolitik mit Feminismus zu tun oder hat Feminismus was mit Klimapolitik zu tun? Und man kann es immer auch vice versa betrachten. Also das ist unser Hauptthema, aber es ist vor allem das Thema auch des Nord-Süd-Dialogs. Dann herzlich willkommen Rosa, freue ich mich richtig. Dann Uem, die als Politikerin hier vorgestellt wurde, was sie ist, als Landtagsabgeordnete für Wien, was wunderbar ist und Sprecherin für Umwelt und Ernährung. Als Zehnjährige bist du aus Kolumbien mit deiner Familie nach Österreich gekommen, hast dann, was ich total interessant finde, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Bodenkultur studiert und hast dich aber sehr, sehr früh für Entwicklungspolitik interessiert und bist mit diesem Fokus auch länger, hast du gearbeitet für die katholische Frauenbewegung Österreichs. Ja genau. Und jetzt bist du für die Grünen im Landtag und ich bin ganz glücklich, dass du kommst, weil du, wir haben ja eine ganz kleine, ja genau. Toll, dass du diesen Aufwand auf dich nimmst und ich freue mich sehr, dass du das tust, trotz der aufregenden Situation im Moment. Lena, auch wenn jeder sagt, man kennt dich, ich stelle dich jetzt trotzdem vor, weil ich finde das immer schlimm, wenn man nur jeder kennt, sie sagt, Lena Schilling, du bist mit Fridays for Future schon als Schülerin, so für die Klimafrage auf die Straße gegangen und hast quasi mitorganisiert, du bist Klimaaktivistin, studierst zurzeit Politikwissenschaft, du bist Autorin und Gründerin des Jugendrats, also eine reichliche Biografie für ein junges Alter und eine super politische Erfahrung, weil du warst Sprecherin für Lubau bleibt und warst diejenige, die auch das Besetzungscamp angemeldet hat, also eine wirkliche politische Erfahrung, für die ich auch ein großes Kompliment ausspreche. So, wunderbar. Das Buch, das mit uns in der Runde sitzt, ist auch da, jetzt geht es weiter. Die Frage Nord-Süd und wie kann man Klimapolitik, Feminismus Nord-Süd miteinander verbinden, wird sich glaube ich ziemlich gut auflösen. Wir haben einen Fokus gerichtet, der vor allem in Lateinamerika liegt, also wir haben hier jetzt keine Vertreterinnen aus Afrika und Asien, aber ich glaube mit dem lateinamerikanischen Fokus können wir eine sehr gute Perspektive, die auch sehr speziell ist für spezielle Länder ist. Rosa wird uns einiges erzählen über Chile und Wohin wird uns einiges erzählen über Kolumbien. Und meine erste Frage geht auch direkt an Rosa. Du hast in diesem Buch ein wunderbares Interview geführt mit einer sehr spannenden Frau, die ich natürlich nicht kannte, also es ist, also natürlich muss man unter Anführungszeichen setzen, weil wir ja leider tatsächlich auch blind sind für das, was in der südlichen Hemisphäre passiert und auch kaum Namen kennen von dort. Und zwar war das Pancha Franziska Rodriguez, eine bekannte, sehr bekannte Kleinbäuerin, also Kleinbäuerin klingt seltsam, aus der bäuerlichen Arbeit kommend und eine Gründerin der Organisation Anna Muri. Du hast mit ihr das Interview geführt. Also was hast du als Erinnerung daran, als Eindruck, als, was war überhaupt das Motiv, mit dieser Frau zu sprechen? Naja, das Motiv war die Anfrage an mich, ob ich gerne beim Buch ein bisschen mit tun möchte. Gut. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Und dann war so, dass auch mir gesagt worden ist, wer für mich in Frage kommt als Interviewpartnerin. Was mich sehr gefreut hat, weil sie war wirklich eine Entdeckung für mich insofern, weil man vergisst manchmal, dass Frauen, die von mir aus auf einer kleinen Insel vor der Küste Chile, so wie sie lebt, indigene Hefte, also Herkunft und so, dass manchmal ganz ein anderer Gedankengut haben als wir schon in Europa. Und zwar für mich ein viel, viel wertvollerer mit Ideen und Plänen, die wir hier schon längst vergessen haben zum Teil. Und darunter fehlt auch diese sogenannte Ernährungssouveränität, das eigentlich eine Idee war von eben dieses Via Campesina. Das ist eine Organisation, die mit Glock, Via Campesina, die nehmen auf die Kleinbauern in Lateinamerika, aber es ist bereits schon eine internationale Organisation geboren. Und Pancha, Pancha ist der, sagen wir, der große Name für Franziska. Sie heißt Franziska Rodriguez, aber in Südamerika, alle Franziskas und Franziskus können es Pancha oder Pancha heißen. Und wie gesagt, sie hat wirklich fantastisch erzählt, wie ihr Werdegang ist in dieser Aktivistenwelt der Frauen. Und man kann von ihr ausgehen, dass es so viele andere es gibt, die auch so angefangen haben. Sie war mit zwölf schon Mitglied der Kommunistischen Partei. Das war damals in Chile nicht ohne. Hat dann sehr viel im Untergrund auch gearbeitet, um Leute zu helfen, die durch die Repressionen dort, also die Familien verloren haben oder halt verschwunden sind. Das war ja gang und gäbe, wie man weiß. Und sie hat wirklich sehr viel erreicht. Aber das Allerwichtigste ist, sie betont das auch immer wieder, sie war wenig in der Schule, aber in dieser ganzen Organisationen wie Gewerkschafter und Aktivisten hat viel mehr gelernt, als sie jemals in der Schule hätte lernen können. Und das glaube ich ja, vor allem in diesen Ländern. Und das, was ich bewundernswert finde, ist, dass diese Frauenbewegung, es ist nicht das gleiche Frauenbewegung in Europa oder sonst wo, als in Südamerika zum Beispiel. Weil dort ist eine Welt der Machos. Das heißt, Männer haben das Sagen großteils nach wie vor und sich behaupten, auch in den Gewerkschaften zum Beispiel, Frauen wurden geduldet. Die wurden nicht wirklich als vollständige Mitglieder. Und sich hat man dann sehr viel über diese ganzen Themen gesprochen und wie diese Bia Campesina-Clock und Anamuri, sie war eine der führenden Kräfte der beiden Organisationen. Ich glaube, du musst erklären, was Anamuri ist. Das wäre ganz wichtig. Ja, Anamuri ist der Verein, wenn man so will, der indigenen Kleinbäuerinnen. Und mit welchem Ziel? Na, logischerweise ihre Rechte walten zu lassen, weil dort beachtet sie niemand. Das heißt, es gab fast keine Frauen, die Land besessen haben. Man weiß sogar in Spanien, bis nicht allzu lange, jede Frau musste das Erlaubnis des Partners bekommen, schriftlich, um irgendwas machen zu dürfen. Nicht einmal ein Pass beantragen, geschweige von studieren oder solche Sachen. Und diese Frauenbewegungen, so wie die von Anamuri, kam sehr viel weitergebracht. Aber vor allem, dass Frauen auch Land besitzen können. In manchen Ländern, Südamerika, ich glaube, es sind nur vier oder fünf, gibt es schon, sagen wir, groß 25 Prozent Frauen, die tatsächlich ein Grundstück besitzen. Ja, das heißt, und das ist sicher die Aufgabe oder die Arbeit dieser Frauen. Welche Verbindung siehst du jetzt zur Klimafrage? Beziehungsweise die Frage ist ja, warum ist die Frage um Landbesitz kleinbäuerliche Strukturen so wichtig bezogen auf die Klimadebatte? Das ist ganz einfach. In Lateinamerika zumindest. Kleine Grundstücke, die seit hunderte von Jahren dieser Indigenenfamilien oder Bauernfamilien in Lateinamerika gehört haben, werden nach und nach mit einer großen Gewalt von großen Unternehmen gekauft, zwangsgekauft. Und diese Frauen haben ganz eine andere Art oder diese Bauern in Lateinamerika, die noch kleine Grundstücke haben, haben ganz eine andere Art zu arbeiten und eigentlich zu produzieren. Kannst du das ein bisschen darstellen, sodass man auch wirklich was vorstellen kann, wenn man sagt, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ringen um Land und das Behalten von Land und einer Bewahrung von ökologischem Gleichgewicht, sag ich mal. Was wäre das? Das hängt ja zusammen. Das heißt, wenn sie die kleinen Grundstücke, sagen wir jetzt einmal in Kooperativen vor allem, behalten dürfen, produzieren sie ganz anderes, als wenn zum Beispiel dann die großen Unternehmen wie bei Monsanto oder wie sie alle heißen, diese Grundstücke innen wegnehmen und dann was sie wollen produzieren. Und dann kämpfen sie auch noch, das ist ein Widerspruch in sich, aber sie kämpfen auch noch, diese kleine Bauer oder Bäuerinnen kämpfen sehr viel gegen, dass diese großen Unternehmen nicht nur ihnen das Land abkaufen, sondern sie zwingen, zum Beispiel ein ganz großes Thema dort und auch für die Pancha Rodriguez ist Samen. Das heißt, die Bauern in Lateinamerika, vor allem die indigenen Völker, haben immer ihre eigenen Samen wiederverwendet. Das heißt, es ist angenommen, sie haben Samen für Kartoffeln, nach der Ernte hatten sie diese Samen noch gepflegt, gearbeitet und so weiter und wiederverwenden dürfen. Das dürfen sie jetzt nicht mehr, großteils, weil ihre Grundstücke zum Teil ihnen auch nicht mehr gehören und sie müssen es anpassen. Dann müssen sie Pestiziden verwenden, ob sie es wollen oder nicht. Und das Ganze hat mit Feminismus sehr viel zu tun, weil Männer in Lateinamerika, so wie die wirtschaftliche Lage im Moment dort ist, wandern aus. Das heißt, sie sind viele weg und sehr viele dieser ganzen kleinen Orte am Lande werden von Frauen mehr oder weniger gehalten und das Land wird auch von Frauen gearbeitet. Du hast vorher auch dieses Stichwort Ernährungssouveränität verwendet. Das kommen wir noch einmal auch darauf zurück, wie das wieder auch mit der Frage des Klimaschutzes zusammenhängt. Ich möchte gerne ein Zitat von Pancha, jetzt habe ich gelernt, den Kosenamen für Franziska oder Franziska Rodriguez, die dann im Interview zum Abschluss zu dir sagt, wir werden uns mit unseren Produkten nicht bereichern. Für uns sind Nahrungsmittel kein Geschäft. Deshalb sollte der Staat seine Subventionen in die ländliche Bevölkerung investieren und nicht in die großen Agrarkonzerne. Wir wollen mit der Politik mitmischen für einen fairen Handel und sie fährt fort. Alles, was die Regierungen gut machen, werden wir begrüßen, was sie nicht machen, werden wir einfordern und was sie schlecht machen, werden wir bekämpfen. Das tun sie. Ist das nicht so ein bisschen sehr romantisch, wenn man sagt, Nahrungsmittel sind kein Geschäft? Ja, aber so denken sie und so planen sie es auch für ihren Teil. Natürlich können sie nicht beeinflussen, was die Mehrheit macht. Es geht auch ums Leben. Aber nicht um sich groß zu bereichen, so wie die großen Unternehmen. Also dieser Gedankengut, von dem wir schon am Anfang gesprochen haben, das haben sie nicht. Und das haben sie bis heute nicht. Und die Frage von der Versorgung großer Städte? Ach, das ist auch ein Thema. Sie hat gemeint, was sie versuchen mit allen Mitteln, und zwar schon in den Schulen jetzt. Sie haben sogar ein Kinderspiel erfunden, das heißt Della Semilla al plato, das heißt vom Samen zum Teller. Und das ist so ein Spiel wie zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht oder was ähnliches. Wo die Kinder lernen, wie dieser Verlauf eines Samen, wie das ist, bis dann ein Produkt wird und bis das zum Teller kommt. Und sie möchten natürlich den Kindern beibringen, dass es nachhaltig sein sollte. Und ich finde, da fang es eigentlich die Revolution an, wenn man den Kindern das beibringt, dass es selbstverständlich ist für eine neue Generation, was für mich, ich bin eben die Älterer hier, also nicht selbstverständlich war. Ich bin in einer Franco-Diktatur auch noch aufgewachsen. Da hatte niemand was zu reden gehabt. Und da kann ich mich vielleicht noch besser versetzen in dieser ganzen lateinamerikanischen Länder, die jahrelang die meisten Leute nichts zusammen hatten. Lena, du hast so heftig genickt, so oft und so heftig genickt. Das Interessante ist ja an dem, was jetzt Rosa gesagt hat, dass in den aktiven Bewegungen unglaublich viele Frauen organisiert sind oder beziehungsweise eigentlich gar nicht den Begriff organisiert, sondern als Aktivistinnen, wenn man das heute so schön als Wort sagt, also in zivilgesellschaftlichen Organisationen sich zusammenfinden. Und ein Hauptpunkt in der kleinbäuerlichen Struktur, jetzt bezogen auf Lateinamerika, ist offenbar, dass die Männer auch weg sind und dass die Frauen quasi wirklich um ihr Überleben kämpfen. Aber es ist ja nicht der einzige Grund, warum so viele Frauen in den zivilgesellschaftlichen oder klimapolitischen Organisationen organisiert sind. Du bist ein gutes Beispiel, hast viele Frauen um dich. Warum ist das so? Ich glaube, dafür gibt es auch ganz viele Gründe. Das erste ist, wir dürfen von Organisation sprechen und das sollten wir auch wieder tun, auch in einem Bewegungskontext, weil wenn wir uns nicht organisieren, werden wir das nie schaffen und auch das können wir aus diesen Kämpfen lernen. Und warum ist das so? Das hat ganz viele Gründe. Einerseits, weil diese Bewegungen so gewachsen sind, weil wir, und darauf bin ich sehr stolz, ein Umfeld gebaut haben und einen Bewegungskontext, in dem Frauen einfach einen Platz haben und diesen Platz auch zugewiesen bekommen und wir darum sehr gekämpft haben. Also gerade mit dem Großwerden der Bewegung gab es schon Dynamiken, wo klar war, okay, jetzt ist eine Frage um Führung und das zu verteidigen als Teil einer politischen Kultur auch, die wir miteinander leben und auch leben müssen, ganz im Motto Frauensolidarität. Und andererseits ist es eben eine internationale Bewegung und das ist, was es so schön und so stark macht, weil das Frauen auf der ganzen Welt tun. Aber warum machen das ausgerechnet Frauen? Ich glaube einerseits schon aus dem Thema heraus, dass wir uns vielleicht auch verantwortlicher fühlen für diese Welt und diese Verantwortung noch mal mehr übernehmen. Das sehen wir auch in verschiedenen Umfragen, dass Umwelt- und Klimathemen Frauen meistens nie waren als Männer. Also das liegt uns offenbar noch mal mehr, uns da wirklich darum zu kümmern und nicht nur um uns selbst. Und auf der anderen Seite aber schon auch diese Verbundenheit. Also eine Klimabewegung, eine Klimagerechtigkeitsbewegung ist im internationalen Kontext immer eine feministische Bewegung. Und diese starken Bänder, die wir da geschlagen haben, die haben uns ja gegenseitig auch gestärkt. Und deswegen sind wir so viele Frauen, die irgendwie auch mit den Gesichtern nach vorne stehen. Du hast in deinem Buch auch diese globale Perspektive immer wieder, also du hast nicht im Buch, aber im Buch auch, aber in unserem Vorgespräch hast du diese globale Perspektive, die du jetzt auch gerade gesagt hast, dass Klimabewegung gleichzeitig feministische Bewegung ist. Du findest deswegen interessant, weil du ja aus dem Norden kommend auch immer die Frage ja auch der Ungleichheit. Also die Frage, dass Klimapolitik vor allem eine Politik ist, die sich auch der Verteilungsfrage annimmt und die Frage der Ungleichheit, nämlich dass wir von den Folgen der Klimakrise ungleich betroffen werden würden und werden. Und ein wichtiger Aspekt war im Gespräch und im Vorgespräch und auch im Buch der, dass du sagst eben, das ist eine globale Frage, verbindet uns aber ganz unterschiedlich, weil wir ja hier auch in unseren Privilegien sitzen. Du hast im Buch, im Interview hast du eine Passage, die ich deswegen so schön finde. Die Frage kommt gleich, ich lese mal kurz vor. Das ist eine Antwort, die Lena auf eine Interviewpassage gibt. Globale komplexe Krisen wie die Klimakrise können wir nur lösen, wenn wir die kleinen, konkreten Kämpfe führen und gewinnen. Von Baustellenblockaden hier in Wien zu Kohlegruben und Baumbesetzungen in Deutschland bis zu den Kämpfen der indigenen Völker im Amazonas. Ich habe Huma, ich hoffe es ist richtig ausgesprochen, den ersten weiblichen Häuptling der Chippeyer getroffen. Selten hat mich eine Geschichte so bewegt wie ihr Einsatz um ihre Heimat. Wir saßen zusammen auf einem Podium und erzählten von unseren Erfahrungen. Dann hat sie meine Hand genommen als Zeichen, dass wir in all diesen Kämpfen zusammenstehen. Jetzt musst du diese Situation uns mal kurz erzählen, wie Nord und Süd sich so vereinen können. Klingt auch sehr romantisch. Das war auch einer der Momente, wo ich noch immer fast Tränen in den Augen habe, weil wir ja als Menschen und als Aktivistinnen in den Kontexten ja nicht einfach irgendwie politische Subjekte sind, die etwas machen, sondern wir sind Menschen, die gewisse Erfahrungen verbinden. Und dann steht man in Wien auf so einer großen Bühne und erzählt irgendwie von einer Baustellenbesetzung, während man weiß, wie viel größer, wie viel schmerzhafter Kämpfe in ganz anderen Situationen und Ländern sind. Und ich bin mir meiner Privilegien bewusst und das müssen wir auch sein. Und dann saß ich dort und die Moderatorin hat mich gefragt, wie das mit der Baustellenblockade läuft. Und dann habe ich das irgendwie erzählt und neben mir saß eben Tschuma, eine Aktivistin aus dem Amazonas, die eine wahnsinnige Geschichte zu erzählen hatte. Und im Vorgespräch habe ich sie gefragt, ich weiß gar nicht, was ich neben dir sagen soll. Ich gebe hier mein Bestes, aber gerade da, ich habe so eine wahnsinnige Demut auch vor dieser internationalen Perspektive und vor den Kämpfen, die überall gekämpft werden, weil uns das verbindet, aber weil sie sich einem ganz anderen Risiko aussetzen. Weil die Repression, die sie erfahren, eine viel größere ist, weil die Kämpfe, die sie führen, ja tatsächlich um ihre Existenz sind. Die Klimagerechtigkeitskämpfe hier auch, aber viel abstrakter. Und dann saßen wir da und dann hat sie eben meine Hand genommen und hat irgendwie gemeint, wie wichtig das ist und dass es genau die lokalen Kämpfe sind. Und das ist für mich zu so einem Schlagwort geworden. Wir kämpfen an ganz lokalen Orten um Klimagerechtigkeit und das sind eben Baustellen oder das sind Kohlegruben, wie wir es gerade in Lützerath gesehen haben. Aber überall auf der Welt gibt es diese lokalen Kämpfe, die wahnsinnig viel Kraft erfordern, aber die verbinden uns und sind wie so Häfen, die uns international irgendwo auch als Brücken dienen dann. Und dann war tatsächlich der Moment, wo der Moderator sie dann gefragt hat, ja und was wird sie uns jetzt raten? Und da saßen ganz viele Entscheidungsträgerinnen und CEOs und sie saß da und hat im ersten Moment sehr schockiert geschaut und war so, Entschuldigung, warum fragt ihr mich das? Hier sitzen die Leute, die die Entscheidungen treffen und das verursachen. Was ist eigentlich mit euch so? Und dann habe ich schmunzeln müssen und das ist auch so ein Moment, wir sind ja auch in globalen Handelsbeziehungen, in einem globalen Weltmarkt verankert. Lieferketten sind nur ein Beispiel, aber all das heißt, wir sind immer auch mitverantwortlich, egal ob wir das wollen oder nicht, mit all den Situationen überall an diesem Kämpfen. Und das ist einfach ein Band, das uns durch unseren Alltag verbindet, das muss uns nur bewusst werden. Jetzt musst du aber kurz noch sagen, was Hummer, weil du gesagt hast, du hast dich klein gefühlt neben dem, was sie sozusagen an politischer Erfahrung, an Organisationsgrad, an Aktivismus gemacht hat. Kannst du das kurz schildern, weil das wieder einen Bezug herstellt zu der Frage, warum Frauen ausgerechnet in dem Bereich so aktiv sind? Sie ist 30 Jahre alt und hat eben ihren Stamm übernommen und hat zwei kleine Kinder, die überall mitmüssen und ist vertrieben worden von Konzernen. Und da ging es nicht nur um Wasserkraft, sondern einfach auch um Land und Fläche und wurde vertrieben und hat das aber wieder zurückgekämpft in dieser Situation. Und ist dann durch, auch wenn sie das nicht wollte, ihr Dorf ist überfallen worden, eine Woche bevor sie nach Europa gekommen ist, weil sie halt eingeladen wurde. Welches Land, sag nochmal? Brasilien. Genau, und dann stand sie da auf der Bühne und sagt, Leute, vor einer Woche ist mein Dorf überfallen worden und ich stehe jetzt hier, um euch zu erzählen, was ihr falsch macht. Und das war so eindrucksstark für mich, weil wir, glaube ich, uns oft unserer Situation bewusst sind, aber nicht den Mut haben, das so anzusprechen, wie sie das gemacht hat. Mit noch einmal einem anderen Blick, der aus Kolumbien mit so einer ganz speziellen Erfahrung, weil ja dort über so viele Jahre, Jahrzehnte Bürgerkrieg nicht nur stattgefunden hat. Wir haben jetzt auch wieder Friedensverhandlungen, die immer wieder scheitern, wo auch wieder neue Gespräche stattfinden, um das Land zu befrieden. Und es gibt eben nur kurze Phasen eigentlich des Friedens und Frauen dort, also in einer ganz eigenen Aufgabe, eigentlich, also eine eigene Aufgabe für sich definiert haben, die auch beispielhaft ist. Und wenn du kurz schildern, oder nicht kurz, wie du schildern könntest, wie für dich der Blick auf die Frauen an der politischen Teilhabe und wo es auch wieder darum geht, wir haben ja die Klimapolitik im Blick um Land, um die Ressource Land, um Grund und Boden, um Einfluss auf Grund und Boden zu haben. Kannst du kurz mal erzählen für uns? Gut, dass du genau diese Frage des Zugangs zu Landes ansprichst, weil das nämlich genau der Ursprung des Konfliktes ist in Kolumbien. Wir hatten, wem gehört das Land und das natürlich auch eine Frage des Geschlechtes ist, generell, weltweit und auch speziell natürlich in sogenannten Entwicklungsländern, also im globalen Süden. Und auch zusammenhängend mit der Frage der Ernährung, weil es immer heißt, wir brauchen quasi die industrielle Landwirtschaft, um die Welt zu ernähren, was überhaupt nicht stimmt, weil die Welt von Kleinbauerinnen und Kleinbauern ernährt wird und insbesondere auch von Frauen, die den Großteil der Nahrungsmittel produzieren. Und gleichzeitig, also Frauen produzieren 60 bis 80 Prozent der Nahrungsmittel und besitzen aber nur 10 Prozent des Landes. Also da beginnt schon einmal diese Ungerechtigkeit auf einer Geschlechterebene, aber natürlich ist es eine Frage des Rassismus und eine Frage der Klasse, wem das Land gehört. Und das ist auch der Ursprung dieses jahrzehntelangen Konfliktes in Kolumbien, wo Frauen, und wir wissen es ja aus bewaffneten Konflikten, dass es einfach eine andere Betroffenheit gibt von Frauen, die beispielsweise betroffen sind von sexualisierter Gewalt und aber auch im Zuge von Friedensprozessen eine kleine Rolle gespielt haben bis jetzt. Und das Besondere, was in Kolumbien passiert ist, ist, dass es da einfach jahrzehntelange Mobilisierungen gegeben hat von Frauenorganisationen, die eine unglaubliche Resilienz haben, also Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Gewalterfahrungen auch, und es geschafft haben, auch aus diesen Gewalterfahrungen Kraft auch zu schöpfen und Kreativität zu schöpfen und sich einfach zusammenzuschließen und zu stärken. Und das hat dann auch dazu geführt, dass der kolumbianische Friedensprozess beispielhaft ist, tatsächlich weltweit, dafür, wie Friedensprozesse ausschauen können, wenn die Geschlechterperspektive beachtet wird und wenn Frauen Teil der Verhandlungen sind. Kannst du das, weil es ist so wichtig, das spezifisch zu verstehen, weil man sich immer denkt, ja okay, Friedensverhandlungen ersetzen, dann kommt irgendwann die UNO und die bringt dann endlich alle an einen Tisch und dann wird endlich ausgehandelt und dann versucht man sozusagen Kompromisse zu finden etc. Eigentlich ein Geschäft, das den Diplomaten, sag ich mal, oder überlassen wird und im besten Fall auch noch Diplomatinnen. Was ist so anders in Kolumbien gewesen? Okay, abgesehen davon, dass es ja auch ein Bürgerkrieg war, also sozusagen im eigenen Land stattfindet, was ist das Besondere daran? Also es gibt ja eigentlich eine völkerrechtliche Grundlage für das, was in Kolumbien passiert ist, nämlich eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die es schon seit 2000 gibt, nämlich dass eben diese Geschlechterperspektive in Konfliktsituationen und auch bei Friedensprozessen zu beachten ist. Das heißt, dass man in den Verhandlungen das thematisch abhandelt und eben, dass sich Frauen beteiligen sollen an den Prozessen, an den Friedensprozessen. Das ist aber bisher nicht wirklich umgesetzt worden und das war tatsächlich das erste Mal, wo sich Frauen aber hineinreklamieren mussten, muss man auch dazu sagen, weil die Verhandlungen sind ja über sehr viele Jahre gelaufen und am Anfang des Prozesses hat es eh auch so ausgesehen, als ob das wahrscheinlich sich die Geschichte wiederholen würde, nämlich, dass Frauen hier unterrepräsentiert sind und dass auch die Erfahrungen von den Frauen in diesem bewaffneten Konflikt auch drohen unterzugehen. Können wir kurz noch über die Erfahrung, weil ich finde das etwas, was auch überhaupt nicht thematisiert wird, also was wir fast gar nicht hören. Dass in Krisen und Kriegszeiten eine ganz bestimmte, wir kennen die Care-Arbeit von Frauen, alle die da sitzen, kennen die Bedeutung von Sorge, Arbeit etc. Aber welche besondere Bedeutung hat sie in Krisen- und Kriegssituationen und warum entsteht da eine besondere Korrelation, also eine besondere Beziehung und eigentlich Verpflichtung, in den Vertriebsprozess die Frauen mit hineinzuziehen? Ja, also Frauen übernehmen weltweit sowieso jetzt schon 70% der Care-Arbeit und das beschärft sich in Krisen. Also jede Krise verursacht ja auch einen mehr Aufwand und Care-Arbeit, ja das ist einmal der eine Punkt. Und ein Punkt, der auch tabuisiert wird tatsächlich, ist die Frage der sexualisierten Gewalt und der Vergewaltigungen und dass eben der Frauenkörper auch als Kriegsbeute benutzt werden. Und das ist etwas, worauf die Frauen ganz besonders gebocht haben, auch dass ein Friedensprozess, wo die Frauenperspektive nicht berücksichtigt wird, ein unvollkommener Friedensprozess ist und es nur die halbe Wahrheit dann auch gibt, wenn es dann zu Abkommen kommt. Und das war, das war ein wirklich, da hat es Mobilisierungen gegeben und die haben sich da einfach hineinreklamiert und es hat auch eine eigene Gender-Unterkommission gegeben, wo aus der dann tatsächlich sehr viele Punkte, also der Gender-Fokus zieht sich quasi durch über den ganzen Friedensprozess, über den ganzen Vertrag, der dann zum Abschluss gekommen ist. Und dort gibt es auch genderspezifische Maßnahmen in jedem Bereich und insbesondere die Frage der Wahrheitsfindung und der Geschichtsschreibung und wie wichtig die Rolle des Versöhnens und aber auch der Anerkennung der Taten, die man Frauen angetan hat, wie wichtig das ist, um einen lang andauernden Frieden tatsächlich auch zu gewährleistigen. Und das ist auch wirklich das, was die Frauen dort echt geschafft haben, das so in den Mittelpunkt zu bringen. Friedensprozesse, das ist so ein Thema, das auch in Chile eine große Rolle spielt. Kannst du ganz kurz sagen, was da eigentlich das Interessante war, da wurde ja vor allem auch versucht, in die Verfassung, in die neue Frauenerfahrung und Frauenperspektiven hineinzubringen, auch aus der indigenen Bewegung, auch aus der kleinbäuerlichen Bewegung. Was kam rein, also jetzt abgesehen davon, dass diese Verfassung dort leider abgelehnt wurde, aber was war das Besondere daran? Naja, das ist für mich auch etwas sehr Erstaunliches, ja. Eine Verfassung, die mühevoll erarbeitet worden ist, von einem Konvent, der eigentlich demokratisch ausgesucht worden ist, wo alle möglichen Gesellschaftsrichtungen also vertreten waren, aber vor allem der Linke, der Linke Bewegung, genau so, es waren nur, glaube ich, ein Drittel waren also rechte Gruppierungen, sonst alles andere, indigene Frauen, das heißt, diese, Elisa Lungon, glaube ich, heißt, die kommt auch im Buch vor, die Holita Rubic hat sie interviewt, sie ist eine Indigene, Mapuche, und die wurde auch ausgesucht, die war Präsidentin sogar, von diesem Konvent, und sie hat mit dieser Gruppe gearbeitet. Also ich glaube, du hast vorher von Romantik gesprochen, manchmal ist es auch ein bisschen, keiner von ihnen hat geglaubt, dass dieser neue Entwurf für die Verfassung nicht angenommen wird, niemand. Die haben wirklich es fertiggestellt, präsentiert und so weiter, und wer lehnt das ab? Die Bevölkerung. Das heißt, ich habe mir die Kritiken in den Zeitungen gelesen, was die Analysten dann, also warum oder wieso, einen Satz hat mich wirklich verblüfft, es hat geheißen, dieser Konvent, die die Verfassung ausgearbeitet hat, war wahrscheinlich weiter links als die Bevölkerung. Das heißt, sie haben wirklich geglaubt, sie tun allen was Gutes, indem also die indigenen Völker dann ihre eigene Identität sogar im eigenen Pass oder Personalausweis haben könnten, ob das jetzt Mapuche ist oder halt Aymara oder was immer, und die Bevölkerung hat das abgelehnt, und zwar hoch, ich glaube, 62 Prozent. Das war mehr, fast 67 Prozent. Also abgelehnt. Gut, jetzt sind sie zuerst einmal wirklich, glaube ich, sehr überrascht gewesen, und jetzt gibt es eine neue, es wird gearbeitet an einer neuen Verfassung, allerdings mit einer ganz anderen Form des Konvents. Das heißt, nichts mit dem Alten zu tun, das heißt, so ungefähr, man lernt aus den Fehlern, und meinen sie, für mich war das eigentlich die richtige Wahl von den Leuten, aber jetzt müssen sie es anders machen, um den Versuch, dass die Bevölkerung das doch ernimmt. Und jetzt sind Fachleute am Werk. Also das Interessante ist ja eigentlich sozusagen, dass hier sehr viele Frauen in entscheidenden Positionen sozusagen die eigene Verfassung geschrieben haben, also etwas, was wir hier, von dem wir eigentlich nur träumen können, also als Vorschlag, und auch wirklich einrichtet. Es gab auch eine Qualität, in dem ersten Moment war eine Qualität, Frauen und Männer. Das war alles für mich perfekt gebildet. Es ist dennoch von einer wirklich auch großen Mehrheit abgelehnt worden. Es war eine Pflichtwahl, also es ist auch ganz interessant, es konnte nicht, man musste sich entweder ja oder nein für diese Verfassung entscheiden. Und das Interessante ist, was ist da passiert? Es gibt ja sehr viel, dass man sagt, die sozialen Medien waren sehr verantwortlich, sie waren viel besser organisiert etc. Ich frage jetzt trotzdem die Lena, was löst das ausgerechnet bei dir aus, wo du auch sagst, Klimapolitik ist auch immer Umverteilung, also Verteilungsfrage ist eine Politik, die sich vor allem auch danach richtet, dass wir im Blick haben müssen, dass die Klimafolgen sich unterschiedlich auswirken werden, und zwar vor allem die Ärmsten am stärkendsten treffen. Und jetzt lehnen ausgerechnet die Ärmsten etwas ab, was ihnen Einfluss, Rechte etc. geben würde. Was löst das bei dir aus? Ich glaube, das ist vereinfacht gesagt. Um das nochmal so global zu betrachten, die reichsten 10% der Weltbevölkerung verursachen die Hälfte der Treibhausgasemissionen und besitzen gleichzeitig 80% des Vermögens auf der Welt. Das heißt, wir haben einfach eine, das ist ein Satz, und damit ist irgendwie klar, wie diese Verteilungsfrage steht. Jetzt ist auch der Kampf um Klimagerechtigkeit bei uns und überall anders immer ein Kampf um Mehrheiten. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Aber in Demokratien muss man um Mehrheiten kämpfen. Das heißt, dass wir in unserer aktivistischen Arbeit, ja, warum tun wir das alles? Warum geht es darum, dass wir das medial aufarbeiten? Warum geht es darum, dass wir es möglichst nahe bringen, dass wir überlegen, wie wir Dinge formulieren, was für ein Framing wir nutzen. Ich fühle mich eher wie so eine Marketing-gebriefte Irgendwas. Und das nur, weil man es muss. Und ich hasse es. Aber ich glaube, genau darum geht es, zu sagen, wir müssen die Mehrheiten organisieren und wir müssen die Mehrheiten auch gewinnen können. Und wenn jetzt so ein guter Vorschlag kommt, der aber nicht durch wirklich die Vorarbeit bereitet wurde, dass so etwas angenommen werden kann, dann muss man sagen, dass wir als Bewegungen da einfach noch wahnsinnig viel auch zu tun haben. Und das ist, finde ich, also da kann ich nur für Österreich sprechen, bei uns haben wir Mehrheiten für Klimaschutz am Papier, also für die Einhaltung der Klimaziele, für Gegenautobahnen und Schnellstraßen und so, das wird es alles theoretisch geben. So, jetzt scheitern wir auch hier an der Umsetzung davon. Einerseits, klar, die Frage von politischem Interesse, andererseits schon, weil wir konkrete politische Maßnahmen nicht gesetzt haben. Und zum Beispiel? Zum Beispiel, also ich rede wieder über Mobilität in Österreich, das ist so ein plakatives Beispiel, in den letzten 20 Jahren sind 500 Kilometer an Schienen abgebaut worden und 300 Kilometer an Autobahnen zugebaut worden. Und dann fragt man sich, warum die Leute Autofahren. Überraschung! Also es ist irgendwie wenig kreativ, was ich da zu sagen habe. Aber, und das ist die Baseline von dem, was ich gerne sagen will, wenn wir das mit der Klimagerechtigkeit demokratisch hinkriegen wollen, dann müssen wir die Klimagerechtigkeit als eine Verteilungsfrage begreifen und vor allem als eine soziale Frage. Die Klimafrage ist die soziale Frage unserer Zeit. Und da müssen wir ansetzen und sagen, Leute, wir kämpfen alle am selben Strang und zwar auch da, wo es darum geht, dass wir alle genug haben. Und das ist, glaube ich, oft gegeneinander ausgespielt worden. Das Wort Klimagerechtigkeit hat ja auch eben den Aspekt drin, Männer und Frauen. Wieso ist es eigentlich für Frauen wichtiger? Also von einer globalen Perspektive, du hast es eh schon angesprochen, Krisen treffen Frauen einfach härter, weil wir in Verteilungsfragen meistens verantwortlich für diese Krisen sind. Also schauen wir uns Corona an, schauen wir uns die letzten Krisen überhaupt an, wer sind diejenigen, die die Gesellschaft dann tragen, die Reproduktionsarbeit und Care-Arbeit machen, wer sind diejenigen, die dann an der Supermarktkasse stehen und in den Spitälern essen Frauen. Und das ist bei der Klimakrise nichts anderes, wenn Naturkatastrophen kommen, sind von 100 betroffenen Menschen 80% Frauen und Mädchen. Weil das diejenigen sind, die da bleiben, weil das diejenigen sind, die die Gesellschaft stützen, weil das diejenigen sind, die nicht einfach irgendwo hin abhauen können. Das heißt, das ist einerseits eine direkte Betroffenheit und das ist es aber auch bei uns. Also bei uns sieht man es nicht ganz so deutlich, wie bei Naturkatastrophen oder ähnlichen Phänomenen. Aber zum Beispiel geht es ja alleine um eine Frage von Geld. Da geht es um eine ganz einfache Grundfrage. Frauen verdienen, ich meine, morgen ist Weltfrauentag für Ministerischer Kampfteig, Frauen verdienen noch immer weniger als Männer. Das können wir noch fünfmal sagen. Alle haben irgendwie ein Video dazu gemacht. Jedes achte Jahr arbeitet eine Frau gratis. Und jetzt sind wir mit jetzt schon mit Folgen der Klimakrise konfrontiert. Einerseits geht es um Heizen. Das heißt, die Energie wird teurer, kann man sich leisten. Und da sieht man so ganz plakative Beispiele, wo wir jetzt schon ein Problem haben, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse so wackelig sind, dass wir nicht dahin kommen. Also die Frage Klimagerechtigkeit ist auch eine Genderfrage, weil die Gerechtigkeit generell des Treffens so unterschiedlich verteilt ist. Gehen wir noch einmal in den Süden, wo diese Frage mit dem Land eigentlich für mich deswegen so spannend ist. Letztlich aber auch hier, weil auch hier im Norden die Frauen nicht diejenigen sind, die Land besitzen. Es ist etwas tatsächlich Universelles, worüber wir auch nicht sprechen. Man spricht immer nur über die Verdienste. Also dass Frauen weniger verdienen, aber dass Frauen einfach weniger, nicht nur weniger, sondern deutlich weniger Besitz haben. Besitz an Unternehmensanteilen, Besitz an Kapital, Besitz an Land und Boden, wird meistens nicht dazu gesagt. Beziehungsweise es gab mal, ich glaube auch vor 40 Jahren, immer den wunderbaren Spruch, der hat geheißen, wahrscheinlich Ulrike, du kannst noch helfen. Also die Frauen leisten zwei Drittel der Arbeit, bekommen dafür die Hälfte des Lohns, besitzen zehn Prozent des Landes und nur ein Hundertstel an Kapital. Diese Frage der Ungleichheit ist natürlich im Globalen noch stärker. Beim Land geht es tatsächlich, würde mich dieser Zusammenhang, wenn es gelingt, tatsächlich den Frauen mehr Ressourcen, und sprich Land, Verfügung über Land und Besitz in die Hände zu geben. Argumentieren wir da nicht eigentlich ziemlich kapitalistisch? An wen gerechtes Sitteln. An dich. Ich glaube, es geht darum, also ich meine, es hängt davon ab, wie man das versteht, dass man Menschen Land zur Verfügung steht, gibt, aber wenn ich gerade an das Beispiel Kolumbien denke, heißt das einfach, dass Menschen ihr Feld haben, wo sie ihr Nahrungsmittel anbauen können und nicht vertrieben werden und nicht um ihr Leben kämpfen müssen, weil sie dort einfach weiterleben wollen. Insofern kann man, also kann man die Frage des Zugangs zu Land, würde ich so nicht, ich weiß, dass es Polemik war, deswegen falle ich da jetzt nicht drauf rein, aber es geht einfach darum, wer hat ein Recht darauf, was mit dem Land zu machen und was passiert mit dem Land. Es geht um Verfügung. Es geht um Verfügung und es geht darum, was passiert auf diesen Grundstücken. Sind das jetzt Großgrundbesitzer, die Viehzucht betreiben, den Regenwald abholzen oder dort Soja anbauen oder sind das Indigene, die dort natürlich auch Landwirtschaft betreiben, aber in einer völlig anderen, unter einer völlig anderen Logik und unter einer völlig anderen Prämisse, wie hier Landwirtschaft betrieben wird. Das ist das eine, ich wollte nur ein Stichwort noch reinnehmen, das hast du kurz gesagt, Rosa, das war, dass es auch kollektive Formen gibt des Landbesitzes. Also wir haben jetzt sozusagen, wir kennen immer nur den Privatbesitz, der eigentlich, oder das heißt, Gott sei Dank kennen wir auch andere Formen, aber die eben auch eine Möglichkeit wären, über Land zu verfügen, gemeinschaftlich oder genossenschaftlich oder in anderen Formen darüber zur Verfügung oder als öffentliches Gut. Aber müssen wir jetzt nicht aus, ich wollte es nicht nur polemisch meinen, ein bisschen polemisch, aber nicht ganz polemisch. Ich finde, die Frage des Landes betrifft jetzt nicht nur landwirtschaftliche Flächen oder Grundstücke, sondern sie betrifft auch die Frage des öffentlichen Raums in urbanen Gebieten. Von wem wird der öffentliche Raum genutzt? Wem gehört der öffentliche Raum? Und was hat das auch für einen Zusammenhang mit der Klimakrise und mit der Anpassung an die Klimakrise? Kannst du erst als Beispiel kurz mal, woran denkst du? Ich denke jetzt gerade daran, Also bist du ja auch Vertreterin einer urbanen, im urbanen Raum, ja. Dass sich die Städte immer mehr erwärmen werden. Es ist leider nicht mehr aufzuhalten und dass wir es natürlich hier mit gesundheitlichen Problemen zu tun haben werden, weil die Menschen einfach unter Hitze leiden. Und im Übrigen sind es auch, ist es auch eine soziale Frage, wer mehr unter der Hitze leidet und wer weniger unter der Hitze leidet, wo es mehr Hitzetote geben wird und wo weniger. Und es ist eben auch eine Genderfrage. Wo? In welchem Bereich? Warum? Im öffentlichen meine ich. Ach so, ja. Wo ist da, wo erkläre ich die Genderfrage? Es sind ja zum Beispiel auch bei der Hitzewelle, ich glaube 2003 war das, auch überproportional mehr Frauen an Hitze, also gestorben an Hitze, als Männer. Und das ist nämlich auch diese Frage der Ressourcenverteilung. Und wenn wir unsere Städte anpassen wollen an die Klimaerwärmung, dann heißt es, dass wir sie radikal begrünen müssen. Und eine Stadt radikal zu begrünen heißt, dass wir den Raum, den wir zur Verfügung haben, auch radikal umverteilen müssen. Weil wir den Raum halt leider nicht ausdehnen können, sondern wir müssen den Raum, den wir zur Verfügung haben, anders nutzen. Und das heißt, das heißt, dass wir begrünen müssen, dass wir entsiegeln müssen, dass wir einfach Wasserkreisläufe schließen müssen, dass wir Bäume pflanzen müssen. Und der Platz, den wir dafür brauchen, wird gerade von Autos besetzt. Und was ist da eine Genderfrage? Es ist insofern eine Genderfrage, als das Mobilitätsverhalten von Männern und Frauen unterschiedlich ist, als dass Autos viel mehr Autofahren als Frauen. Männer auch mehr Autos, also es sind viel mehr Autos in den Händen von Männern als von Frauen. Und Frauen haben auch andere Bedürfnisse an den öffentlichen Raum, weil sie auch andere Gründe für ihre Mobilität haben, weil sie auch verstärkt Care-Arbeit leisten. Das heißt, sie haben andere Wege, sie gehen in den Kindergarten, bringen die Kinder hin. Natürlich kann man und soll man auch darüber sprechen, dass die Sorgearbeit gerecht verteilt werden muss, sodass diese Last nicht nur auf den Frauen lastet, aber trotzdem müssen wir auch den öffentlichen Raum demokratisch verteilen. Ja, ich mag nur anmerken, Wien ist europaweit die Hauptstadt, wo die Temperatur am meisten zunehmen wird, geografisch. Das heißt, wir haben ein echtes Problem. Wir hatten mal einen sehr schönen Sticker als Jugendorganisation, wo drauf stand, das Patriarchat fährt Auto. Und ich finde das sehr passend. Rosa, fährt das Patriarchat Auto? Viel zu schlecht. Wir sind in der Lage, ja. Nein, aber ich würde ganz gerne ein bisschen auf das Stadtland. Ja, also laut Expertenprognosen bis 2050 werden voraussichtlich 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. So, das stellt sich ein ganz, ganz gravierendes Problem, und zwar Wasser. Jetzt will ich auch, wenn du sagst, Männer fahren Auto oder nicht Auto, Männer essen Fleisch. Viel Fleisch. Und du hast auch angesprochen, Soja-Anbau, Monokulturen. Warum tut man Soja anbauen? Und zwar zum Beispiel in Chile oder in Bolivien vor allem, wo überhaupt nicht geeignet ist, weil Werk, Land ist und so weiter, da bauen sie Soja an den Stränden fast. Warum? Weil auch der Ebo-Moralis hat gemeint, der muss also zu den Ländern gehören, die sehr viel Soja exportieren. Und warum braucht man Soja? Um die Tiere zu ernähren, die wir dann essen. Ich finde ja wunderbar, dieser Trend auch, weniger Fleisch zu essen und so weiter und so fort, aber das dauert. Ja, vor allem bei den Männern. Und das mit dem Wasser, das versteht man auch nicht in dem ganzen Ausmaß des Tatsächließens. Das ist nicht Klima und Dürre, natürlich auch. Aber es sind auch Trends, zum Beispiel in der Ernährung. Wir essen Unmengen an Avocados. Ein Avocado, Plantage oder auch ein Avocado, braucht 600 Liter Wasser in der Woche. Und dieser Wasser wird auf den Brünnen der Landwirte, vor allem die kleinen Landwirte, die es ihnen nicht wehren können, einfach abgezahlt. Und verwendet für die großen Unternehmen, für die großen Firmen, die dann diese Avocados exportieren. Ja, und da sind eben Trends, aber diese Trends kostet der Umwelt urviel an Ressourcen. Ja, ich gehe noch einmal in die Perspektive, warum, weil wir ja, ich versuche immer den Feminismus und die Klimapolitik miteinander, ihre Beziehungen zueinander, ich glaube, jetzt haben wir viele Punkte, wirklich auch, warum das besonders, nicht nur aus Frauenperspektive, spezifisch angeschaut werden muss, sondern warum wir auch verstehen lernen, warum so viele Frauen in dieser Bewegung sich tatsächlich politisch engagieren. Es gibt einen Punkt, den hast du im Vorgespräch angemerkt, Lena, der als Erfahrung, und das ist ja auch eine Erfahrung, die du genannt hast, Rosa, und auch ein Stück du holen, die Gewalt. Also es ist sozusagen, es gibt dort, wo Aktivistinnen, Politikerinnen in die Öffentlichkeit gehen, kommt nicht nur eine Gewalt, die allgemeine Gewalt, die Frauen sozusagen tatsächlich auch immer erfahren, sondern auch eine sexualisierte Gewalt. Hast du das auch kennengelernt? Ja, ich glaube, so wie alle jungen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, ich will mich da nicht ausnehmen, ich glaube, das ist ein Phänomen, das auftaucht genau deswegen. Wir haben jetzt schon über zwei Themen gesprochen, die in Österreich so schwierig anzugreifen sind, Autos und Schnitzel. Und es ist, also da drüber zu reden und zu sagen, okay Leute, ihr müsst das mit dem Autofahren ein bisschen einschränken, das geht ja nicht aus, und auch das mit dem Fleisch, da fühlen sich Leute sehr schnell in ihrer Identität angegriffen. Und darauf kommt ein wahnsinniger, auch ein wahnsinniger Schwall, an Hass. Und manchmal ist es ja wirklich absurd, wie viel sich Leute über sowas aufregen können. Und manchmal geht es wirklich über Grenzen. Und das ist, was wir alle erlebt haben. Und junge Frauen sind, oder generell Frauen sind, immer eine Zielscheibe. Das kann man bestimmt sagen. Also sexualisierter Bedrohungen übers Netz etc. Also diese Erfahrung, die dazugehört? Ja, auf jeden Fall. Wie geht ihr damit um? Wie gehst du als Person, einzeln, individuell damit um? Aber wie geht ihr auch, wenn du mit deinen Freunden, mit deinen Kolleginnen redest, damit um? Also für mich war das am Anfang, oder ich habe es versucht, am Anfang zu ignorieren. Und das hat lang funktioniert. Und dann mit Lobau bleibt, haben wir eben so ein Kulturkampfthema angegriffen. Also wirklich Stadtstraße, Autos. Und da war plötzlich, da waren zwei Fronten. Und ich habe den Hass zwar gespürt, aber ich habe das jetzt gar nicht so wahrgenommen. Und dann ist was passiert. Also es war letztes Jahr vom 30. auf den 31. der Brandanschlag auf dieses Camp. Und das war für mich die Situation, also ich stand da um 5 Uhr in der Früh und bin vor so einem Aschehaufen gestanden. Und neben mir sind Freundinnen, die 16, 17 waren, im Barfuß in dieser Asche gestanden in der Nacht. Und das war klar, die hätten da jetzt sterben können. Und wenn man merkt, wie sich auch in Österreich diese Gewalt so manifestiert und wirklich ausdrückt in einer Situation, wenn die nicht sehr viel Glück gehabt hätten, wären da acht Menschen gestorben. Und da ist mir dann in dem ersten Moment schlecht geworden. Und ich weiß noch, ich bin dann in der S-Bahn zurückgesessen vor einem Camp am Abend, weil ich meine Katzen füttern musste und habe so aufs Handy geschaut. Und das ist so ein erster Moment. Und ich habe eine Nachricht gesehen, überstanden, wir werden dich verbrennen, du Hexe. Und da ist mir wahnsinnig schlecht geworden, weil mir das erste Mal klar geworden ist, dass diese Gewalt nicht im Netz stattfindet und auch nicht irgendwelche Rechten sind, die mich halt anpöbeln, sondern dass tatsächlich passieren kann, dass mir was passiert. Und wir haben dann versucht, meine Social Media Accounts ein bisschen zu verteilen und ein bisschen was abzufangen davon auf der einen Seite und auf der anderen Seite und ich habe das gebraucht und das klingt vielleicht super absurd, aber wir haben eine Presseaussendung vorgeschrieben für den Fall, dass mir was passiert. Und damit war ich irgendwie beruhigt. Und alle Frauen hier, die Mütter sind, können sich vorstellen, meine Mama ist nicht so glücklich über die Situation, aber sie muss damit leben. Ja, die Bedrohung von Aktivistinnen, auch du hast das im Vorgespräch zum Thema gemacht, dass diese soziale Sicherheit die plötzlich in Frage stellt, wenn man sich hinaus bewegt als Frau und politisch aktive Frau. Also ich glaube, das hat Elena vorhin auch angesprochen, quasi diese unterschiedlichen Lebensrealitäten im globalen Süden und auch in Europa, weil natürlich, also Lateinamerika ist das gefährlichste Feld, sage ich jetzt einmal, um Umweltaktivistin zu sein. Und gleichzeitig habe ich auch im Vorgespräch eben auch über diesen Brandanschlag gesprochen, weil das war für mich auch, das war ja auch übrigens im Landtag Thema, weil auch der Umgang damit von der Politik, ich sage jetzt einmal, nicht so gut war beispielhaft, so wie ich es mir erwarten würde von Regierenden, einer Stadtregierung. Jedenfalls war das für mich so ein Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, da ist eine Grenze überschritten worden und wir dürfen nicht zulassen als Gesellschaft, dass das nochmal passiert. Und da ist es einfach die Verantwortung von allen, natürlich von den Medien und aber auch von der Politik, einfach klare Grenzen zu setzen, weil das sonst quasi die Büchse der Pandora öffnet und wir einfach immer mehr abstumpfen und immer mehr zulassen. Und es beginnt halt auch schon bei verbaler Gewalt und bei Diffamierung von Umweltaktivistinnen. Es beginnt schon dabei, dass man Klimaaktivistinnen als Klimaterroristen bezeichnet. Und es ist immer eine immer mehr zunehmende Entmenschlichung des politischen Gegners, die stattfindet, die eben dann irgendwann einmal in physischer Gewalt mündet. Und ja, ich kann da auch immer nur wieder appellieren, eh an die Medien und an die verantwortlichen Politikerinnen, dass man da einfach klare Grenzen setzt. Weil sobald einmal du dich in einem Umfeld bewegst, wo Gewalt als politisches Instrument genutzt wird, dann bist du einfach in einer völlig anderen Welt und dann bist du auch in einer Situation, in einer Spirale, aus der du sehr schwer rauskommst. Und wo es dann auch wieder die Frauen sind, die verstärkt betroffen sind von unterschiedlichen Formen der Gewalt. Ja, und vielleicht zur Ergänzung, dieser Brandanschlag ist ja nicht das Einzige, das passiert ist, ist das, was man wahrgenommen hat. Aber gerade mit diesem medialen Diskurs, der sich so verhärtet hat, ist erst vor vier Wochen ein Autofahrer ausgestiegen und hat Chloroxid in eine Menge geschüttet, wo auch zwei Aktivistinnen Verbrennungen an den Händen hatten. Und das ist was, das sehen wir im Moment immer und immer und immer öfter. Also es ist was, wovor wir alle nicht gefeiert sind. Und es ist was, wo man sich auch überlegen muss, ganz im Rahmen von so Frauensolidarität und Zusammenarbeit, wie man da ermöglicht, auch alle Aktivistinnen und alle Menschen, die damit zu tun haben, schützen kann. Ich möchte noch kurz was dazu sagen. Also Gewalt, so wie du jetzt gerade schilderst, in Europa hat diese Dimension. Lateinamerika hat ganz eine andere Dimension. Und zwar deswegen, weil die Mafia komplett, Anbau, Landwirtschaft, alles kontrollieren. Vor allem in Mexiko. Und sie verwenden Methoden und Gott behüte in Mexiko eine Journalistin berichtet über irgendetwas, die leben maximal zwei Monate. Also das ist wirklich eine andere Form der Gewalt. Und das schüchtert natürlich auch die Menschen, vor allem die Bauern ein. Punkt eins, Bauern sind, in meiner Generation zumindest, sind Südamerika, ich war ja viel in Argentinien, kenne diese Problematik, in einer so Art patriarchalischen Landwirtschaft. Das heißt, der Senior, der Besitzer, der Großgrundbesitzer hat ihnen mehr oder weniger für sie die Rolle des Vaters fast gespielt. Sie waren froh und dankbar, dass sie überhaupt arbeiten durften bei ihm. Sie haben sich auch zum Teil nicht benommen, weil ich meine, dass sie bezahlt haben und so weiter. Und jetzt hat das Ganze, also dieser Macht, Besitz, großteils die Mafia. Es wird auch nicht einmal so viel darüber berichtet in Europa, welche Mafias, wo, welches Land kontrollieren. Also ich glaube, ich finde es gut zu sagen, sozusagen, dass die Macht, also die Gewalt, die man leider erleben oder die passieren kann, auch einen äußeren Rand hat, der dann wirklich auch das Leben kostet und eben zu unglaublichen Ausschreitungen tatsächlich führt, gegen Leib und Leben. Aber das Plädoyer von Hoheim würde ich trotzdem gerne aufnehmen, dass es beginnt auch mit einer Radikalisierung in der Sprache und dass das wie ein Kontinuum ist. Es ist sozusagen ein Kontinuum, das immer mehr auch dann mit einem Verlust von Rechtssicherheit etc. zusammenhängt, ja, indem andere Strukturen, indem die Strukturen brüchig werden, die mehr schützen vor so einer Gewalt. Und das sind sozusagen so ein bisschen brüchige Übergänge und deswegen ist es für mich, ist es sozusagen wie ein, ja, eigentlich ein Kontinuum, wo ich leider Extreme eben auch sehe. Darf ich da was anknüpfen? Ja, es ist ja genauso wie bei der Frage von Gewalt gegen Frauen. Das beginnt ja auch bei Beschimpfungen, bei Belustigungen und endet dann im Frauenmord. Ja, und es ist einfach ein Kontinuum. Das betrifft eben in dem Fall Frauen, aber eben, es kann die politischen Gegnerinnen und eben Klimaaktivistinnen treffen. Und deswegen muss man von Anfang an. So, ich glaube, es ist der Moment, wo wir gerne, ich wollte auf jeden Fall ins Publikum. Es haben sich vielleicht Fragen, Widersprüche, Protest, Ergänzungen. Ich schaue kurz, ich müsste entschuldigen, wenn ich immer da runtergreife, ich habe meine Uhr vergessen. Aber es würde jetzt ganz gut passen, wenn ich ein bisschen was sammeln darf aus dem Publikum. das hoffentlich nicht Erschlagen von den Botschaften da sitzt, oder doch? Elisabeth. Ich frage mal an, da lockert sich das vielleicht aus. Ich habe so ein paar kleine Ergänzungen, zum Beispiel, da wir über den öffentlichen Raum gesprochen haben und wie der auch Frauen betrifft oder was man machen kann. Die Grünen haben ja gerade diese Vision für die Zweierlinie präsentiert. Das ist eine Studie von Landschaftsarchitekten und einer Architektin, also Landschaftsarchitektin. Und die hat gesagt, eben für den Bereich, für die Gendergerechtigkeit und auch Klimagerechtigkeit, auch im öffentlichen Raum, man soll doch die Verkehrsplanung, also die Stadtplanung, die den öffentlichen Raum betrifft, von den Hausrändern andenken. Das heißt, eigentlich von der Fassade an, da denkt man, das sind die Fußgängerinnen und das sind meistens Frauen, dann die Radfahrerinnen und dann die Menschen, die mit den Autos fahren. Und zu der Frage eben auch mit der Verteilung, wer fährt mit dem Auto, wer geht zu Fuß. Wir haben, ich bin bitte dritt den Augen 20. und wir sind dort ein paar Tage auf der Rheinsteinstraße gestanden und haben eingeschaut, wer wird dann denn auch mit dem Auto. Und da sind auf sechs Männer kommt eine Frau. Also das ist wirklich erschreckend und vor allem noch dazu wahrscheinlich im Bezirk im 20. des Nebens, im 15. der ersten Bezirke Wiens. Und das dritte, was ich sagen wollte, bezüglich auch der Hass der Frauen entgegengebracht hat, die sich für das Klima einsetzen oder die überhaupt sich für Gerechtigkeit einsetzen. Also ich habe noch nie so viel Hass gegenüber einer Politikerin gehört wie gegen Gewerster. Also die Annore Gewerster, das ist ein Wahnsinn, wie die Leute sie hassen. Das ist eine wahnsinnig sanftbefrau, die aber radikale, also radikale, die einfach weiß, Klimaschutz ist wichtig und dafür eintritt. Und das ist unglaublich, wie sie gehasst hat. Das heißt, da Solidarität auch, ich glaube, die müssen ja alle wirklich stark entgegenbringen, werden da ja wichtig. Also ich glaube, dass mit dem Hass, also der Hass, also weiß man ja auch, dass der vor allem Frauen trifft, weil zwei Dinge zusammenkommen. Erstens sagen sie irgendwas Unangenehmes, nämlich man darf irgendwie nicht mehr so viel Fleisch essen oder man soll kein Auto fahren oder man soll weniger Gewalt anwenden. Also irgendwie sagen sie was Unangenehmes, das ist eines, aber sie treten auch in die Öffentlichkeit und das erzeugt auch in einer paternalistisch und paternalistischen Struktur eben offenbar eine, um diese Misogynie, die wir erleben, ist auch, steigert sich. Also es ist nicht so, dass es per se besser wird, es ist tatsächlich auch so, dass es eher polarisiert. Und die Erfahrung damit ist schon sehr, sehr wichtig, die auch weiterzugeben, weil das ja unheimlich abschreckt. Deswegen finde ich es toll, dass du es erzählt hast. Das ist eine furchtbare Erfahrung, wenn man liest, also das, was du lesen musstest, nach dem Brandanschlag, weil es ja tatsächlich Angst macht. Es ist ja nicht so, als ob man irgendwie darüber stehen würde. Es macht Angst. Es ist auch das Ziel. Genau, das ist der Punkt. Es geht genau darum. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, Strategien dagegen zu entwickeln und es vor allem wirklich auch gesetzlich zu verfolgen. Also deswegen, ich halte da, also solange wir diese Rechtsstaatlichkeitsprobleme, Möglichkeiten haben, das weiß ich nicht, wie du das siehst, aber die Frage wäre, ja. Also da läuft eh, ich habe mit HateEye gemeinsam alle strafrechtlich relevanten Sachen jetzt mal angezeigt. Es waren, ich glaube, 220. Das wird jetzt einmal ein bisschen dauern und dann schauen wir mal, was die Behörden damit machen. Gut. So, jetzt kommen zwei Wortmeldungen. Einmal Rebecca, einmal Ulrike. Also, Entschuldigung, dass ich da Vornamen verwende. Rebecca. What I miss is the equation on Russia's land, historically, Europe, America, are part of the equation for centuries since colonization. And that the structure is still live in those countries and is repeated. The other is the geopolitical game. I would like to connect Russes in the countries that nowadays takes another form. But this is related. And the other is the issue of when we talk about land, there are productive lands and there is plants. So, and the conflicts began in those lands areas that have other resources, water, minerals, access to roads, access to transport drops, or access to borders to control the rich power might. and it doesn't matter the size, the proportion, the country could be a village, could be a land. I want to bring the example of nowadays in the country of Peru. Puno, there is the city close to the lake, it's very nice, very nice, very nice, very nice, very nice, for dances and tourism. But the question was close to Bolivia. The question is that this is also an area that is rich and busy. Nowadays, that area with 100,000, or even more than 100,000 population, is confronting a sort of war. Army is invaded, police is invaded, the city is struggling badly against establishments because it's lack of democracy, essentially. There's no hospital, there's public services, I don't. So, and it's also the issue of land and resources and water. And when we talk about land, we talk about not flat land, we talk about mountains. And how those communities have been negotiating and dealing and finding consensus on the use of water. that somehow is changed abruptly for some people by chunk of land. And also, how do they damage or ruin the life of communities? Because community means that they agree on something to do, what to farm, how to use it, and how to organize it. And all these kind of things are in dangers right now in that small city. So, just, what is the question you want? I overlook the issue process. Okay. Okay. I understood. Okay. And I think that they are connected to all these countries. I think the issue is much more broader perspective. Because land and climate is one thing. But the other issues related to that are also important. and there are other people that also are the same related parties. I hope I understood it. I think the main thing was that to look it on the broader view or side. Genau. Ja, genau. Ich glaube, dann muss man es nicht übersetzen. Haben Sie alle verstanden? Oder war es okay? Okay. Dann ich glaube, Ist es okay, wenn ich auf Deutsch antworte? Ich habe das glaube ich kurz angeschnitten oder ich habe nur tatsächlich nur in einem Nebensatz gesagt, es ist eine Frage der Klasse und eine Rassismusfrage und gerade im lateinamerikanischen Kontext eine Frage des Kolonialismus, die man aber auch gleichzeitig so betrachten kann, dass 500 Jahre, also dass dieser Kolonialismus auch gleichzeitig zu setzen ist mit 500 Jahre Widerstand. gegen Fremdherrschaft, daraus nähert sich ja auch der Widerstand der Frauen und vor allem insbesondere der indigenen Frauen und ich finde es auch extrem wichtig, das hier auch nochmal zu benennen. und es ist tatsächlich nicht nur eine Genderfrage, man muss es intersektional betrachten, weil Frauen im globalen Süden, es gibt auch reiche, weiße Frauen im globalen Süden, die einfach komplett andere Erfahrungen haben als eben Afro-Kolumbianerinnen beispielsweise. Insofern danke noch einmal dafür, das nochmal zu betonen und dann aber auch die Frage zum Beispiel des Lithiums oder der Wassernutzung, da gibt es eben wieder diese Verbindungen zum globalen Norden und gerade in Bezug auf Mobilität, wenn wir von einer Mobilitätswende sprechen, dann ist oft die Antwort, ja dann fahren wir halt einfach alle Elektroautos, was übrigens auch eine männliche Perspektive ist, es ist keine systemische Forderung, sondern einfach wir ersetzen einfach etwas durch was anderes. Das heißt, wenn wir so die Mobilitätswende lösen, dann haben wir das Ressourcenproblem nicht gelöst, nämlich das Problem dessen, wo kriegen wir die Metalle her, es müssen auch, es ist ja nicht nur Lithium, es müssen ja Autos überhaupt produziert werden, es ist Eisen, ich glaube das war vor fünf oder sechs Jahren diese Umweltkatastrophe in Brasilien, wo dieser Damm gebrochen ist, das einfach Flüsse vergiftet hat und ganze Ökosysteme zerstört hat, das hat mit unserem Mobilitätsverhalten zu tun und das hat mit Baustellenbesetzungen zu tun und insofern dürfen wir auch die kleinen und vermeintlichen kleinen Kämpfe in Europa nicht klein reden, weil sie auch globale Auswirkungen haben und weil diese Verbindung nicht nur eine quasi eine schwesterliche Beziehung ist, sondern tatsächlich eine Beziehung, eine Handelsbeziehung oder Kohleabbau, wo Flüsse, ganze Flüsse umgeleitet werden in Kolumbien, damit wir Kohleminen haben, damit die Kohle nach Schweden exportiert wird, damit dort einfach Strom produziert wird mit der Kohle und indigene Gemeinschaften verdursten. Und deswegen ist es oft schon eine Klimafrage und eine Frage der Energiewende, die halt einfach globale Zusammenhänge hier aufzeigt. Ja, also danke nochmal, also für natürlich die, es waren ja zwei Aspekte, das eine ist, wir haben nicht über den Rassismus und Kolonialismus gesprochen, der eigentlich fortgeführt wird jetzt seit über die 500 Jahre und die jetzt eben in der Ausbeutung von Ressourcen und Rohstoffen und Metall etc. nach wie vor stattfindet, nur halt über andere Kanäle und andere Profiteure, aber die Struktur ist die gleiche geblieben oder eine ähnliche und danke jetzt natürlich, dass das immer in die Berührung mit Klimapolitik hineingehört. Ulrike. Ich habe zwei Anmerkungen und eine Frage. Ich bin ein bisschen heißer, so ein bisschen komisch. Eine Anmerkung, genau so wie passiert auch mit dem öffentlichen Raum. Für mich ist das eine der Ursachen, also warum es auch so eine Hass und Gewalt gibt, wenn es geht um die Frage Autos oder den Rollen und wenn wir auch zusammen und das genauso verständlich sind. Aber das ist, ich war ganz die Frage, was ich ständig erlebe, die Reaktionen von Männern und Frauen sind so unterschiedlich aus einem bestätigten Gerät. Aber wenn einer die Tür aufreißt und dann steht bleibt und der Rad wird vorbei, das ist ein Spaß oder das noch unter und ich linke und schrubst das hinter mir den Kunden bremsen und streiten an und anderen stehen und sagen die Reaktion soll aus und sie als Beispiel davon für mich ist vieles von den Kämpfe die Gewalt und der Hass der sich gegen den Frauen richtet ist ja im privaten auch die Gewalt warum nicht die Frau so die Plotze ein und die Kinder und Karol Leben aber der Konnext zu der Frage des Landesbesitzes das ist im Buch übrigens ein Artikel von der Frau Süßing war eine germanischen Dichterin und Aktivistin der heißt Mein Körper Mein Territorium die erzählt die Geschichte vom Zugang von Indigenen Frauen zum Land also in unseren Augen klingt das manchmal so wie in der Erde aber sie beschreibt es sehr gut wie sie damit umgeht als die ganze Land auch ein ist wo die männer die kategorien strukturen die wir haben seit jahr draußen sind ja dafür haben alles gemacht und wir wollen das jetzt für was anderes verwenden für was gescheiter ist auch für die gesamte Gesellschaft und auch uns und später das heißt es wird immer etwas weggnommen und das finde ich ist eine die frage müsste kommen genau also wegen Chile Verfassung und Kolumbien Friedensprozess ich war bei der ersten Abstimmung in der Friedensprozess in der Europaparlament die das war eine begründung weil auch ganz viele Forderungen zu Frauen aber auch so war auch dabei und das war die ganzen rechten und radikalen gewisslichen und anderen fundamentalisten die dagegen wahnsinnig viel mobilisiert haben und meines Wissens war das in Chile ähnlich dass eines der Frauen die andere Frauenroll oder Gender Perspekt dass das bei Teilen Abstimmungen nicht gespielt warum die dagegen ich habe so gehört es war ich sage es mal so es war tatsächlich vermeintlich ein Grund dass es diese Gender Perspektive gegeben hat aber man muss dazu sagen wie über die Gender Perspektive gesprochen wurde nämlich in einer völlig verzerrten also es war einfach völlig Gaga sage ich jetzt einmal was dort gesagt wurde nämlich eure Kinder werden alle schwul und lesbisch und also so richtig auf einer tiefen desinformativen Ebene und keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema also es war einfach Fake News tatsächlich und so wurde damit gearbeitet weil was man schon sagen muss ist dass diese Gender Perspektive ja von der Basis getragen wurde die ist ja nicht die ist ja nicht top down gekommen das war jetzt nicht eine Elite die sich da hineingesetzt hat sondern es waren Frauenorganisationen und Frauenorganisationen in Lateinamerika oder in Kolumbien sind sehr also sie sind ja aus der sozialen Bewegung das ist ja keine bürgerliche Elite die sich da in Kaffeekränzien zusammensetzt sondern das sind ja wirklich Basisbewegungen also ich habe es extra auch nochmal nachgelesen weil ich selber so schockiert war über diese über 60% Ablehnung und weil natürlich in meiner Fantasie auch das einfach großartig ist dass überhaupt so etwas möglich ist wie ein Friedensprozess wo dann über solche also überhaupt solche Überlegungen die auch beispielhaft sind warum das dann so scheitert und es zeigt nur dass wirklich offensichtlich die Kommunikation das heißt das was Medien leisten sollen und müssen das führt ja auch wieder auf Österreich zurück und auf unsere Länder welche Rolle spielen soziale Medien wem gehören die Medien wer hat Einfluss darauf in welchem Besitz sind sie etc und in Kolumbien gibt es glaube ich weiß nicht drei oder vier ganz große Fernsehstationen alle in privater Hand die tatsächlich also da unglaublich hineingearbeitet haben und die sozialen Medien ebenso und da vernachlässigt man glaube ich ziemlich viel in der eigenen Arbeit unter Umständen und hat das Feld auch überlassen man hat ein Kommunikationsfeld überlassen und das sollte eine Lehre sein generell Chile war noch mal die Frage was ist der Grund für die Ablehnung der Verfassung fürs erste einmal bleiben wir im Land also dort haben tatsächlich also das wurde dann überprüft sehr viele Männer und vor allem Frauen haben genau das gewählt was der sogenannte Senior gewählt hat der Besitzer das heißt man wurde nie im Leben bis heute nicht den sogenannten Großgrundbesitzer widersprechen und er hat selbstverständlich geprüft was sie gewählt haben und das ist eine und die Frau umso mehr weil sie wählen nicht nur was der Senior gewählt hat sondern was ihr Mann gewählt hat das heißt sie trauen sich wirklich nicht ich war viel unterwegs in diesen Ländern es gibt zwei Sachen die wahnsinnig wichtig sind also eben Religion und diese Obrigkeit Großteils der Männer wahrscheinlich in eurer Generation nicht mehr aber die sind erst ein paar Jahre am Werk ja und meine Generation und die davor brauchen wir schon gar nichts reden also das ist wirklich zu prüfen und dann in den Großstädten gehören zum Beispiel Gouverneure oder solche Leute politisch tätig sehr viele sehr viel Geld weil sie sich auch die Stimmen kaufen und diese Leute haben die Sendezeiten mehr oder weniger für sich gekauft also während dieses Konvent auch gearbeitet hat das Konvent hatte fast keine Möglichkeiten Sendezeiten zu bekommen um zu erklären was sie gerade vorbereiten das gab es fast nicht und sie haben sich darauf verlassen die Leute werden das eh froh sein wenn sie es lesen nur es hat kein Mensch das gelesen also ich war in Spanien damals 1978 bei der Verfassung aus der neuen Verfassung in Spanien nach dem Franco gestorben ist keine meiner Bekannten hat diese Verfassung gelesen und haben es alle ja gestimmt weil der mögliche Präsident wahnsinnig gut ausgeschaut hat das ist kein Witz das ist kein Witz ja wirklich also die Leute hey der schaut gut aus der wird sicher das gut machen ja das war Mitte Mitte Rex also eher Mitte aber er hat das nicht geschafft ein paar Jahre später war er nicht mehr in der Politik nachher ja aber jeder hat ja gewählt und keiner wusste was drinnen steht keiner wusste und dort in diesen Ländern noch viel weniger ja und sie haben es wirklich alle darauf verlassen dass in Chile dass das gut gehen wird aber wie gesagt das wurde mit viel viel Geld eigentlich manipuliert und sehr viel gegen gewirkt also auf jeden Fall ist das in beiden Fällen und wir kennen es ja selber auch in unseren eigenen Ländern die ganz entscheidende Frage ist wie gehen wir mit Medien um gehören sie der Allgemeinheit gehören sie zum Beispiel der Öffentlichkeit etc. also da muss man noch einen Punkt ergänzen ich glaube dass Demokratie auch eine Ressourcenfrage ist und gerade im globalen Süden ist es auch es ist einfach eine andere Welt es ist wirklich da muss man halt mit dem Boot ein paar Stunden also wenn es um indigene Gemeinschaften geht zum Beispiel da muss man stundenlang im Boot sitzen dass man überhaupt zum Wahllokal kommt da gibt es irgendwelche Straßensperren irgendwo die zufällig an einem Tag passieren wo Wahlen sind also das ist es ist eine defizitäre Demokratie im Fall von Chile kann ich es nicht beurteilen weil wenn du sagst das war eine verpflichtende Abstimmung aber wer wer kann denn überhaupt zum Wahllokal kommen ist schon einmal eine Frage der Ressourcen es ist ein Stadt-Land-Gefälle wenn man sich anschaut auch das Ergebnis in Kolumbien die ländlichen Gegenden haben für also die betroffenen Gebiete wo der Konflikt wirklich die Menschen echt getroffen hat die haben mehrheitlich für für den Friedensprozess gestehen und es ist auch es ist auch im globalen Norden Demokratie eine Frage der Ressourcen absolut wenn wir zum Thema Staatsbürgerschaft und so weiter kommen aber das würde es zu weit führen nein aber es ist total wichtig weil ja wir also die Frauen also Frauenrechte sind so untrennbar verbunden mit demokratischen Strukturen jedes autokratische System schadet uns auf eine Art und Weise die wir noch gar nicht ermessen können oder wir können es immer sozusagen beobachten dort wo es dann stattfindet und deswegen ist der Schutz oder beziehungsweise das Stärken der Demokratie absolut entscheidend die ich würde jetzt gerne eine letzte Frage und da weiter draußen steht Brötchen dann gibt es was zu trinken und so ein bisschen kann man dann auch nochmal wahrscheinlich auch mit euch sprechen eine Frage einmal da noch ja gerne eine provokante Frage und zwar wir haben gehört und wir wissen es auch dass Besitz Land Geld Ressourcen zu einem überwiegenden Prozentsatz in Händen von Männern sind Männer auch über ich weiß nicht parlamentarische sonstige Rechte viel stärker verfügen als wir Frauen wenn wir immer so weiter vorstellen wir machen das Gute und ich finde es toll jeden von uns kennt ja auch ihre Weise aber wäre es nicht an der Zeit oder wäre es nicht notwendig sich Männer als Verbündete zu suchen die einfach sich trauen gegen das patriarchalische gegen den patriarchalischen Mainstream Angst zu schwimmen oder oder ist es eine dumme Idee aber ich denke man das ist irgendwie nein nein das ist eine gute Idee wenn der die auch so guckt ja wenn ein Mann einem anderen Mann sagt ja ist nicht so viel Schnitzel ist eh schlecht für die Cholesterin ist das etwas anders als wenn wir Frauen das sagen ja dann widersprechen das sicher also machen wir eine letzte Runde oder letzte Runde es ist so eine Runde zur Männlichkeit Lena also das erste das wir feststellen müssen oder das ich mir wünsche auch von heute und dass wir das mitnehmen ist wir haben jetzt ganz viele verschiedene Aspekte gehört und das worüber wir finde ich noch zu wenig geredet haben ist was heißt das jetzt was nehmen wir uns mit für heute und das was wir uns mitnehmen sollten ist wir brauchen wieder eine starke Frauenbewegung einen der Männer auch mitmachen dürfen aber wir müssen uns wieder organisieren ich glaube ja genau aber natürlich feministische Bewegungen aber wir müssen wieder auch hier nicht nur wie die Klimabewegung agieren sondern wir müssen generationenübergreifend auch wieder dafür einstehen und diese Frage nicht bei jeder Krise hinten anstellen und uns danach denken ja sondern es ist jetzt Zeit es wäre vorgestern Zeit gewesen und ich weiß wir kämpfen alle in unseren Bereichen und das ist gut und wichtig aber eigentlich müssten wir all diese Bereiche vereinen und gemeinsam kämpfen und das wünsche ich mir nicht nur das müssen wir einfach schaffen Schaffen wir das das Anschluss wird Nehmen wir es als Abschluss Oh da kommt noch eine Ah Beate Bitte Also zwar Sie gerade in den letzten Wochen fand ich außerordentlich wichtig weil es auch mir und nach meiner Meinung auch damit den Mindset zu ändern Also rauszukommen aus einer Opferrolle und die Frauen sind ja haben also nicht die gleichen Zwang etc. Also wirklich zu einem Empowerment zu einem neuen Selbstbewusstsein und dass wir also auch eine Kultur des Handelns also entwickeln dagegen auch die Männer wie genannt sind und es geht also nur über wirklich andere Werte in einer anderen Kultur und einer anderen Kultur Ich glaube man könnte jetzt weiter drehen das ist immer die Kunst von Beate etwas zum Nachdenken zu hinterlassen vielleicht nehmen wir es in die Runde nach draußen mit Danke Danke euch allen Danke für die große Aufmerksamkeit und großes Danke Danke ans Podium Vielen Dank Vielen Dank